Auf diesem Bild sehen wir Dresden 1740. Da kennt man auch ganz genau, dass das auch eine dieser Sternenstädte war, die ja überall verteilt sind, als Überbleibsel der alten Welt. Nach dem Reset ist davon natürlich nichts mehr zu sehen, aber sehr interessant. Hier haben wir einen Stadtplan von 1908. Das ist Dresden. Dresden ist die Haupt- und die Residenzstadt des Königreichs Sachsen. Es wird von der Elbe über die fünf Brücken laufen, in zwei Teile getrennt. Die eine Seite ist die Altstadt, die andere Seite ist die Neustadt. Dresden ist im Jahr 1905 mit 515.000 Einwohnern nach Berlin und nach Hamburg die drittgrößte Stadt im ganzen Kaiserreich. Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Amen.